10 gruselige Fakten Der Durchschnittsmensch läuft in seinem Leben an mindestens 16 Mördern vorbei. Es gibt kleine Käfer, die auf deinem Gesicht leben und die abgestorbene Haut davon abfressen. In seltenen Fällen können tote Frauen gebären. Über 1600 Menschen sind bisher in den US-amerikanischen Nationalparks verschwunden und wurden nie wieder gesehen. Es gibt einen Parasiten, der die Zunge eines Fisches auffrisst und sie durch sich selbst ersetzt. Die letzte Person auf der Erde, die im 19. Jahrhundert gelebt hat, ist vor ein paar Wochen verstorben. 1518 brach die mysteriöse Krankheit die Tanzpest aus. Über 400 Menschen tanzen sich in den Tod. Es gibt einen Parasiten im Katzenkot, welches die Gedanken von Ratten kontrollieren kann, sollten sie diese essen. Jedes Jahr passieren wir unwissentlich den Jahrestag unseres Todestages. Der Serienmörder Dennis Rader versteckte sich oftmals in den Schränken seiner Opfer und wartete auf eine günstige Gelegenheit, um diese anzugreifen. Dies konnte Tage, aber auch Wochen dauern. Der Eiweiss Manel